Kalanta Wollny weiter verschwunden. Wer hat das Sorgerecht für Püppi? Kalanta Wollny ist bei die Wollnys, eine schrecklich große Familie ausgestiegen und abgetaucht. Was wir jetzt aus Püppi? Am 5. April 2023 lief die letzte Folge der 17. Staffel der Skripte-Triality-Sendung die Wollnys. Von einem altbekannten Gesicht fehlte in allen Episoden jedoch jede Spur, Kalanta Wollny. Auch in der 18. Staffel, die seit September auf RTL 2 läuft, fehlt die junge Mutter. Anscheinend ist die 22-Jährige komplett aus der Serie ausgestiegen. Was den Fans besonders seltsam vorkommt, ihre Tochter Katalea, die von Sylvia Wollny und Co. Stets als Püppi bezeichnet wird, ist auf RTL 2 weiterhin mit von der Partie.Längst ist klar, Kalantas Auszug nicht bloß vorübergehend gewesen zu sein. Noch immer fehlt von der jungen Mutter jede Spur. Sogar am 4. Geburtstag der kleinen Katalea am 21. Dezember 2015. 2022 ließ sich Kalanta nicht blicken. Zumindest tauchte sie nicht in der Instastory ihrer Mutter auf und meldete sich auch nicht selbst auf Social Media. Auf Instagram haben Fans schon lange kein Update mehr erhalten. Der letzte stand, sie wolle sich vorerst auf sich konzentrieren. Seither ist die 22-Jährige verschwunden. Hat Sylvia Wollny das Sorgerecht für Katalea alias Püppi? Wo steckt Kalanta und wie geht es mit Töchterchen Katalea weiter? Und wer hat mittlerweile eigentlich das Sorgerecht für Püppi? All das beschäftigt Wollny Fins aktuell, denn die schweren Vorwürfe, die Kalanta im Februar 2020 gegen ihre Mutter Sylvia erhob, sind in den Köpfen noch sehr präsent. Mama hat mitbekommen, dass ich ausziehen möchte. Ich hatte vor ein paar Monaten schon mal mit ihr darüber gesprochen. Und dann hat sie halt gesagt, dass sie dann das Jugendamt informieren wird. Vor einer Woche hat die Mama dann das Jugendamt informiert, hatte sie damals in ihrer Instastory behauptet. Sylvia habe ihr vorgeworfen, sich nicht richtig um Katalea kümmern zu können. Sie wolle ihr Kind allerdings nicht aufgeben und um Püppi kämpfen. Ich lasse mir die Kleine nicht wegnehmen, so die 22-Jährige vor über zwei Jahren. Wie sich die Causa seither entwickelt hat, ist unklar. Bekannt ist jedoch, dass Püppi auch jetzt noch bei Sylvia Wollny und ihrem Lebensgefährten Harald Elsenbast lebt. Sogar in der Türkei ist die Kleine stets mit von der Partie. Hat Sylvia Wollny mittlerweile offiziell das Sorgerecht für Katalea? Und klar. Wie Sylvia Anfang Januar 2023 in einer Fragerunde auf Instagram behauptete, besteht weiterhin Kontakt zu Kalanta. Punkt wo ist Kalanta Wollny abgeblieben? Dass Kalanta ihr Kind liebt, machte sie jedenfalls in einem Insta-Beitrag anlässlich Püppis Geburtstag vor rund einem Jahr deutlich. Am 21. Dezember 2021 schrieb sie, heute vor drei Jahren um 8.33 Uhr hast du das Licht der Welt erblickt, die Zeit vergeht einfach so schnell und du bist schon so groß geworden, mein kleiner Engel. Du bist lieb und höflich, du redest so viel, das ist unglaublich und du bist zuckersüß. Dein Lächeln verzaubert einfach jeden. Genieße das Leben, spiele im Matsch, tanze im Regen, finde tolle Freunde, folge deinen Träumen. Blicke immer nach vorn und glaube an dich. Sei immer du selbst, mein Schatz. Wenn du lachst und fröhlich bist, leuchtet für uns ein Stern. Mama liebt dich, mein kleiner Schatz. Happy Birthday, meine Püppi. Kalanta Wollny, Funkstille nach Sorgerechtsstreit. Erst vor einigen Wochen gab Silvia Wollny auf Instagram im Rahmen einer Fragerunde der neuste Update zur Katalea Causa. Ein Fan hätte wissen wollen, ob Püppi in der Türkei zur Schule gehen wird. Das wird sich mit der Zeit zeigen, hatte Silvia Wollny darauf geantwortet. Kalta Lea wird am 21. Dezember 2023 fünf Jahre alt, bis zur Einschulung ist es nicht mehr lange hin. Sollte sie tatsächlich mit Oma in die Türkei ziehen, dort eingeschult werden und fortan dauerhaft in dem fremden Land leben, würde sie ihre Mutter Kalanta vielleicht gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ob derzeit Kontakt besteht, ist unklar. Angesichts des schlimmen Zerwürfnisses zwischen Silvia und Kalanta erscheint es jedoch unwahrscheinlich, dass die 23-Jährige sehen darf. Auch beim vierten Geburtstag des Kindes war die leibliche Mutter nicht dabei. Ist Püppis Schicksal also längst besiegelt? Wird sie bis zu ihrem 18. Lebensjahr bei Silvia Wollny bleiben? Da sich die Wollnys diesbezüglich nicht in die Karten schauen lassen, wird die Zeit die Antworten liefern müssen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.